David Beckham und Prinz William scheinen eine neue Freundschaft geschlossen zu haben, nachdem sie beim gemeinsamen Lachen und Scherzen bei der Inspektion eines neuen Ambulanzhubschraubers beobachtet wurden. Ein Experte hat angedeutet, dass Prinz Harry und Meghan Markle aus einem wichtigen Grund, nicht beieinander, mit David und Victoria Beckham seien. Es gab zahlreiche Spekulationen über die angespannte Beziehung zwischen den beiden Paaren, da die Beckhams Prinz William und Prinzessin Kate den Sussexes vorzuziehen scheinen. Diese Spekulationen wurden weiter angeheizt, als Prinz William in Begleitung von David Beckham einen neuen Ambulanzhubschrauber inspizierte, nur wenige Stunden nachdem sein entfremdeter Bruder Prinz Harry einen seltenen Auftritt in Großbritannien absolviert hatte. Der Prinz von Wales, Schirmherr der Wohltätigkeitsorganisation London Air Ambulance, startete den Spendenaufruf, Up Against Time, zur Finanzierung von zwei neuen Hubschraubern für den Rettungsdienst. David Beckham begleitete ihn, um die neuen H-135 Hubschrauber zu besichtigen, die gekauft wurden, nachdem der Spendenaufruf beeindruckende 16 Millionen Pfund zusammenbrachte. Zu dieser Summe steuerte die O-Mays-Kampagne mit Beckhams Unterstützung vier Millionen bei. Richard Eden meint nun, es sei kaum überraschend, dass die Beckhams sich nach ihrem Familienstreit, der David und Victoria unbeeindruckt ließ, gegen Meghan und Harry stellten. Der Experte behauptet, David sei immer ein überzeugter Anhänger der Royals gewesen und ging sogar so weit, jedes Jahr zu Weihnachten in seinem Sonntagsstart für die Rede der Königin aufzutreten. Er fügte hinzu, Jahre später stand er zwölf Stunden lang in der Schlange, um den Sarg der Königin zu sehen, als ihr Leichnam aufgebahrt war. Entscheidend sei jedoch, sowohl David als auch Victoria legen großen Wert auf die Familie und würden sich niemals so gegen ihre Verwandten wenden, wie Harry und Meghan es getan haben. Ein Mitarbeiter von Eden verriet. Die Wahrheit ist, dass Victoria Meghan nie wirklich mochte. Sie war freundlich und zuvorkommend ihr gegenüber, aber es ist ihr egal, in Kontakt zu bleiben.